hallo meine lieben freunde ich begrüße euch zu diesem let's play von minecraft mit meinem lieben herrn cousin dem monkey tube hallo ein bisschen enthusiastisch springen wir das wie das scharf schaut es hat mich gerade so schön angeschaut ok also fangen wir an dem üblichen prozedere ich will den baum für holz genau so geht das das haben wir auch nicht schon 50 mal gesehen niemals was machen wir denn zuerst bauen wir uns ein strandhaus oder ein strandhaus man weiß es nicht das gefällt mir nicht nach setzling sehr gut okay so aus als als würde es bald nacht werden das ist nicht so cool gut dann mache ich mal kurz eine hacke für mich ich baue jetzt steine ab ok mit wir und der hat mich nein nein ok komm her komm her ja wahrscheinlich ok 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 6 steine damit wir uns beide eine hacke bauen können ok spitzhacke gut brauchst du holz ok im moment nicht noch nicht noch nicht ok 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 das hätten wir schon mal gemeistert wie sieht es mit der zeit aus auch noch ja genau nicht gut hast du meine spitzhacke für mich ja habe ich eine schöne stein spitzhacke das neueste des neuesten ja ja hightech ok unterschlupf vielleicht mal ja einbauen oder oder ein haus ich wäre für ein haus ja aber da gehen wir land einwärts oder ja oder 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 hier mir ist es egal wir könnten uns gleich hier ein kleines haus bauen ja tatsächlich ach das machen wir fangen jetzt nicht hier in der tiefen nacht noch ob es da habe ich mein teller verrückt noch anzubauen das wäre völlig behindert okay wo bauen wir ziemlich dunkel oh ja das kannst du aus mir ist es eigentlich egal auch ein zombie ein villager zombie hier wäre kohle wenn wir was brauchen kohle ein enderman und eisen das erste eisen wir könnten ja zur not in dieser höhle übernachten ging es ging er scheiße ihr habt ihr habt den typen schlunk eine ender perle sehr schön ich habe noch drei herzen okay sehr gut so muss das ja perfekt und nicht dann ist okay sieben eisenerz sehr gut nichts man sollte auch immer hier am in diesen höhlen oben an die decke schauen und ich glaube nicht dass man hier gerade so viel sieht wir sollten uns vielleicht fucking bauen dann mache ich mal kurz acht fackeln toll gut was machst du gerade so kohle oder oder eisen oder oder was ich baue gerade eisen und kohle auf mein mikrofon hat gerade irgendwie gesponnen gespackt gespackt okay das ist nicht so ich hoffe dass sich das nicht wiederholen wird ja ich auch hallo 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 ich habe hier eisen und schönes licht okay da kommen wir her und raus vom walde kommen wir hier stimmt sogar oder auch nicht da kommen wir nicht her mal sehen da kommen wir schon her ja und talentiert oh mein gott oh ein creeper oh 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 okay warum warum attackiert er mich nicht okay genau schmerz okay haben wir zufällig den creeper schaden aus finde ich nämlich nicht so gut ja ich glaube schon vielleicht können wir das mal einschalten wie heißen die creeper die game rule ähm 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 mob damage glaube ich mob griefing oder so mob griefing genau irgendwie sowas ähm mob lalala mob griefing da so ah sehr schön viel besser okay oder auch nicht ja hier war es das schon was zu essen vielleicht mal sehr wenig schlecht ähm weißt was kümmert du dich mal um äh das minieren hier ich gebe dir die sparen ja ich habe schon eine ja trotzdem okay dann äh kümmere ich mich um ähm das essen und so und so vor allem jetzt brauche ich mal erst acht steine für einen ofen so noch mal zwei für eine wie heißt das ding jetzt können wir gleich ausprobieren jetzt können wir gleich ausprobieren es funktioniert cool creeper ja oh nein 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 nicht schießen ich ergebe mich okay mal kurz hier ausleuchten nein 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 geh weg geh weg geh weg geh weg lol nein oh coole sehr gut au okay ich habe gerade etwas probleme hier oben ich will nicht sterben mir ist es gerade sehr dunkel das wird bestimmt auf youtube nicht so schön aussehen ja eben deswegen habe ich mir fucking gemacht schieß 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 ja kartoffel 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 nice 1 auch eher nice jetzt muss ich mich kurz verstecken Dass mich das Viech nicht killt. Durchatmen! Jetzt muss ich eine Strategie entwickeln. Nein, das kommt! Scheiße! Oh oh! Oh oh! Nein! Hahaha! Oh Gott. Okay. Sehr schön. Ihr seht, Leute, es könnte lustiger werden hier. Nein! Oh oh! Ja! Sehr gut! Ich meine, die Kartoffel ist dispawned. Boah, Action! Das war... Das wäre ja leicht... Oh oh oh! Ich werde jetzt sterben. Entschuldigung, dass du meine Tastatur und meine Maus so hört, aber... Ja, meine auch. Mein Gott. Oh oh. Es muss zu verkraften sein. Ich kann ja mal versuchen, hier mein Mikro ein bisschen zu verschieben. So, zum Beispiel. Oh! Oh! Hahaha! Sehr schön. Oh mein Gott. Die zwei talentiertesten Spiele. Oh oh. Äh, Action. Achtung! Ich lege die Pfeile auf mich. Hallo! Wui! Sehr schön, danke. Aua! Ich gehe in unsere Base. Hier ist sie mir zu. Bitte! Aua! Alle zwei auf einmal! Geht doch nett! So! Runter bitte! Danke! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich werde sterben! Ja! Sehr toll! Okay, ich bin tot! Bin so tot! Bin so tot! Ich bin tot! Auf alle Fälle! Ja! Gut! Tod Nummer zwei! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut, ja! Sehr toll! Aua! Alter zwei! Was ist denn los mit euch? Leute! Das geht doch nett! Ja! Ein Bogen! Ja! Oh nein! Tod Nummer drei! Gut! Nochmal! Also wie ihr seht, äh... Ich sage es jetzt mal wie der Sarraza, wenn er erkennt, dass er scheiß spielt! Ähm... Ich mache das nur zum Spaß! Ja, genau! Tod Nummer vier! Oder auch nicht! Doch! Ja! Wahrscheinlich! Tod Nummer vier! Karotten! Karotten! Ja! Nice! Das ist gut! Sehr gut! Und ich glaube, mit dieser Errungenschaft... Meine Kartoffeln? Mit dieser Errungenschaft... ...müssen wir unsere erste Folge beenden! Ja, tatsächlich stimmt! Ja! Hast du meine Kartoffeln eingesammelt? Ähm... Nein! Scheiße! Meine Kartoffeln! Nein! Werden wir diese Kartoffeln noch finden oder nicht? Das seht ihr in der nächsten Folge! Oh! Wo ist die Kartoffel? Genau! Bis dann Leute! Bis dann! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!